Jetzt mal ehrlich, die Planung von herkömmlichen Backup-Jobs ist doch ziemlich mühsam. Manch ältere Backup- und Recovery-Lösung ist mit hunderten von manuellen Backup-Jobs sehr zeitaufwendig und schwer zu verwalten, oder? Rubrik vereinfacht diesen Prozess mit einer richtliniengesteuerten Plattform, die den Zeitaufwand für die Verwaltung von Backups um 90% reduziert. Wie genau? Einer der größten Vorzüge unserer richtlinienbasierten Automatisierung besteht darin, dass Sie die SLAs ganz einfach auf Ihre Geschäftsanforderungen abstimmen können. Vergessen Sie das manuelle Planen der Jobs. Über unser anwenderfreundliches Interface legen Sie Ihre RPO fest, indem Sie auswählen, wie oft Sie Backups anlegen, wie lange diese gültig sind, wo sie archiviert werden und ob Sie in ein anderes Rubrik-Deployment repliziert werden sollen. Ganz gleich, ob Sie ein Backup Ihrer VMs, Datenbanken, Dateiensätze und Betriebssysteme in lokalen Rechenzentren oder in der Cloud durchführen möchten, Rubrik hat die Lösung für Sie. Sie können sogar in beliebten öffentlichen Clouds wie AWS, Azure oder Google Cloud Plattform oder an herkömmlichen Orten wie NFS, Object Storage oder sogar auf Band archivieren. Das Wiederherstellen ist natürlich genauso einfach. Mit dem globalen Metadatenindex von Rubrik können Sie schnell Ihre gesamte Umgebung durchsuchen, den richtigen Wiederherstellungspunkt auswählen und alles mit nur wenigen Klicks wiederherstellen. Wie Sie sehen, hilft Ihnen Rubrik, tausende von Backup-Jobs zu ersetzen und die Wiederherstellung zu rationalisieren. Legen Sie einfach mit ein paar Handgriffen SLAs für Ihre gesamte Umgebung fest und Rubrik kümmert sich um den Rest. Wie Sie loslegen, erfahren Sie auf rubrik.com.de. Und ahora,dem Sie воспartigen. Untertitelung des ZDF, 2020